Guten Tag meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Clash of Glance Der Klangkrieg der startet jetzt bald in 25 Minuten Ich werde ab und zu cutten und ja ich bin gerade mitten im Livestream von daher ist das mir gerade ein bisschen überfordert für meine PC Aber ansonsten ja ihr wisst ja bescheid ihr werdet heute beide Angriffe sehen im Klangkrieg Und dann noch eine Leistung Zusammenfassung oder so Ja ne je nachdem Und ja ich mach dann jetzt erstmal einen kleinen Cut Ihr seht dann erstmal einen Angriff Ja also jetzt hier klar ich fülle gerade mit Barbane Bogenschütze meine Lager auf Dass die bereit sind weil der Golem der braucht einfach 100 Jahre Der braucht einfach 100 Jahre in der Sack Ja ist nicht so geil So bis gleich dann Bereit Jo so meine lieben Freunde ähm der Klangkrieg beginnt ähm man müsste Nico sogar hören er ist gerade direkt da 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 drin im Skype Hallo Ja ähm ich kann hier den Lautstärke nochmal extra hochschrauben für die Aufnahme Scheiß ich Ich hab den ähm die Klammbruch ver- äh den nicht gelockt bekommen Scheiße Das ist sehr nervig Ja wenn jetzt die Truppen nicht falsch laufen ist ja noch alles in Ordnung Ach das ist ja kein Problem Warte muss ich jetzt auch scheiße doch die laufen gerade doch wirklich ein bisschen scheiße Ach die haben nur Bogenschütze und sowas alles in der Klammbruch ne Ja die Golems die weiß ich nicht ob das so gut ist wenn die so nah zusammen laufen ne Scheiß das wird ein Scheißangriff glaube ich Ja der Drache der machte gleich Probleme Achte mal da wo deine Queen ist auf die äh Magier Wo auch die 5er gegnerische Queen ist Okay das wird glaub ich so ein Scheißangriff glaube ich oder? Äh es könnten Stern werden aber das Problem ist halt dass der Barbankönig außenrum läuft ne nicht rein Ich glaube du hast verkackt Ist nur so ne reine Vermutung Oh ich hab vergessen meine Queen zu zünden Scheiße Ja gut äh Och nein was ist das denn so ein Scheißangriff jetzt gewesen Einstellen wird's Wenstens Och nein was war das denn so ich hätte hier locker plätten können Die sind alle scheiße gelaufen ich hätte hier von der Spitze ausgehen müssen Oh ich hab meinen König vergessen zu zünden Alter wie schnell geht das hier Ich wollte das dir gerade sagen also ich hab gedacht dass nur noch der König da ist Oh nein nein Ist das jetzt echt nicht passiert Ich hör es bei dir schon verlieren und ich bin noch im Angriff Ist das jetzt echt nicht passiert Ähm ja gut ähm meine lieben Zuschauer ähm Nein Ich hoffe ich trau mich ne ich greif nicht den Neuner an ich werd zerlegt Ich stell mich glaub ich zu doof an So ähm Nein Ich werde jetzt angreifen Niko hat einen grandiosen Angriff abgeliefert das hätte niemand erhofft Oh Mann der war so scheiße Ja gut dann holst du halt bei den Neuner den ich angreifen wollte vielleicht drei Sterne einfach nach dann passt das Oh wie scheiße war ich einfach nur scheiße Ihr habt das nicht gesehen alle Leute ne Nö ne es ist nur live im Kasten aber sonst Ja Das Ding ist halt immer wenn es live ist oder so verkackt man einfach Ja Keine Ahnung ich sing wie die Aufregung dann auf einmal Joa ich bin's halbwegs gewöhnt Ist aber meistens bei mir trotzdem so Scheiße man er hat auch nen Drachen der Klarenburg warte mal Ich hätte ja locker den Drachen gekriegt aber mein Schweinerater ist irgendwie nicht so passt So jetzt reicht's jetzt Queen setzen Magel setzen Die Kobolde helfen mir ein bisschen Ein bisschen Päcker Also es wird glaube ich auch ein scheiß Angriff Kann jetzt nicht wirklich viel machen Okay ich bin jetzt unter 4000 äh der Mann Ich hab gerade meine ganzen Kaserne nochmal geboostet Alter sterb doch mal du scheiß Drache alter will der mich verarschen Ah er ist tot Also meine einzige Chance ist es die Leute um den Drang rein zu knallen Nur ich glaube der wird auch scheiße Oh jetzt laufen die auch außen rum Oh nein ich kann den Eingriff nicht mal sehen Scheiße Die laufen außen rum Alle Also für uns beide zumindest einstellen habe ich wenigstens schon mal Und dann regelt die Queen die konzentriert sich halt irgendwie alle auf den Päcker Der jetzt tot ist Ja gut äh Scheiße Ich greife jetzt direkt mit meinen ähm Also es leben noch von mir zwei Päcker Wenn die jetzt irgendwann vielleicht mal zur Mauer laufen sollten dann werde ich die auch den Wutdrang verpassen Aber die laufen wahrscheinlich außen rum zu dem äh Aber die laufen wahrscheinlich außen rum zu dem äh Sieh mal ähm Ich kann jetzt noch eine Prozentzahl machen dass er die Wette noch einen zweiten kriegt Jetzt habe ich 80 Prozent und einen Stern Ja gut ich kann jetzt gleich mal eben die vier an ne Mit meinen Ja warte kurz ich muss kurz Truppen neu bestücken Ja bei mir ist eigentlich auch alles fertig Wenigstens haben wir einen Stern Ey das läuft so kacke ne Das ist unglaublich Ich darf jetzt nicht mit meinen Dörfern fehlen Also So ich mach eben Und Oh Bisschen viele Schweinereiter Ähm Zwei davon ähm Ich mach Speeren Ja ich muss kurz gucken Zehn davon Oh meine Päcker sind noch auf äh Noch auf Level 2 Ich hab jetzt insgesamt vier Päcker Äh Zwei Bogenschütze Fünf Mauerbrecher Elf Magier Zwei Lakaien Ein Schwein Und zwei Golems Ein Heil Zwei Wut Ein ähm Gift Und King auf neun Müsste eigentlich reichen Und noch ein Gift auf drei Müsste glaube ich reichen oder Zwei Ja ich wundere mich grad Warum kann ich so viele Magier machen Ne da hab ich die Schweinereiter vergessen Ich greif jetzt an okay Oder bist du noch nicht so weit Warte ich bin jetzt gleich so weit Ähm Yo Ich bin jetzt so weit Okay Ich möchte nicht nochmal fail So diesmal lock ich aber richtig Mh Mh Oh Okay Der hat der zwei Nennen In der Klamour kein Problem Wir sind die alle Ganz easy bekommen Wieso hat alles oder Ja ich seh alles bin dabei Okay das war nicht tot Boah lehrt alle in die gleiche Richtung ist klar Die kam aber jetzt sehr gut rein Wenn du jetzt da wo die Golems sind Ähm beim Rathaus So nen Heiltrank rein ballerst Ich glaub das Dann stirbt der Ähm der Golem Nicht der Rathaus Äh der Golem nicht so schnell Mh Boah ich will wissen wie viel Damage alter Der hat zerlegt das Rathaus förmlich Okay ich glaub das wären gute drei oder Ähm ja gut Es könnte Achso ich dachte warum hat der einen so einen Minenwerfer wie ich Da war ich nur 8 Minenwerfer Das ist kritisch Ähm Wer aber warkönig wird aber drauf geben Der bietet aber gerade richtig gut Deckung Mh Okay mal Okay das werden 2 Ja obwohl ich hab noch 3 Päcker übrig Ich glaub aber es werden nur 2 Sterne Ich glaub die kommen nicht so weit mehr Ich glaub wir aus und er oben noch Noch paar Prozent Ich komm ja genau da drauf an Okay wenn gleich dann das kommt Du hast noch einen Bogen schützen oder Dann setzt ihr mal ähm ganz links Da ist noch so ein Turm der gerade auf den Päcker schließt Im Bogenschutzenturm Setz mal er hat nicht mehr so viel Lebensmittel Vielleicht ein Bogenschutz zu schaffen Ja hat er geschafft Ja meine ich ja weil der hat gerade Sohn noch den Lakains zerlegt und von daher Wenn wenn der Päcker das das jetzt noch schafft Also die Flugabwehr und den Bogenschutz Wenn ich das alles mit meiner Laka Okay mein Lakains schafft das nicht alleine Alles zu zerlegen Ne das äh leider nicht Ich glaub aber 3 Sterne Ne Könnte von der Zeit her nicht passen Das wär das Ding Ne Ne Lakains ist jetzt auch tot Ne Scheiße aber kommst 3 Sterne haben wir schon mal mit 3 Angriffen Das ist ja nix gut Naja Drei Angriffen hätt das schon neun sein können Ne Ja Natürlich sind sie auch alle scheiße von mir auch gelatscht Ja von mir auch Ey ich hätte überall die Spitze angreifen müssen Na komm ich gib auf Gibt's eh nix mehr zu holen Wow ich hab sogar ein was freigeschaltet Mal gucken was Erfolg freigeschaltet Ich bekomme 200 Gems Ich hab 150 äh Sterne geholt Äh Fischli 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 Wird angegriffen ne Die haben auch schon 2 Sterne Die Gegner Ach du scheiße Die zerlegen den gerade Alter Ja ist auch nicht schwer Der ist ein Kornfischli Alter Ich werd den glaub ich eh wegtun in den Account Weil Alter der ist so scheiße Ach der hat ihn getrennt 3 Sterne einfach zerlegt Oh man Das ist scheiße Wieder Gleichstand Drei Angriffe 3 Sterne alter Die denken sich wahrscheinlich auch grad ihren Teil bei Naja auf jeden Fall Ich muss mal kurz mein schloses Buch suchen Wo meine ganzen E-Mails drinstehen Da kann ich mal eben kurz mein Mobile Gaming TV und so weiter eingeben Der kann erstmal jeden Packer machen Boah Bin ich grad Achso die Zeit teilt sich gar nicht auf Ich dachte halt ich nur 57 Minuten auf Das geht ja gar nicht Ja gut ich werd erstmal den Cut setzen Bis dann zu meinem nächsten Angriff Äh Ich hab zwar geboostet aber Äh Ja gut Ja ich werd ja jetzt auch noch Ja wir haben grad angegriffen Und äh Es sieht grad momentan sehr schlecht für uns aus Wir sind nur 3 Sterne Äh Es ist ja 7 Leute angegriffen Wir sind 3 Also 3 Sterne nur über den normalen Niveau Wir hätten jetzt schon mehr haben können Haben natürlich jetzt das verkackt Das ist äh Ja Super Und ähm Und ähm Ja Die Sache ist Ich wär Bin mir noch nicht sicher wenn ich jetzt gleich angreifen werde Ähm Weil wir sind jetzt noch die Tränke anmachen Aber ich werde den Angriff Äh soweit ich alle Tränke hab äh dokumentieren Aufnehmen Jo Bis gleich dann Ja